Jetzt hab ich schon wieder Punkt B eingenommen. Welche Klasse bist du gerade? Nach Medic. Jo. Dann gehen wir mal wieder zu Punkt B. Irgendwo. Ach, die holen die anderen sich schon. Äh, dann brauchen wir da glaub ich nicht hin. Das riecht nach Panzer. Ja, wo haben wir sie denn? Was sind sie denn? Da oben aufm Hügel. Rechts. Irgendwo hab ich grad einen gesehen. Oh, Punkt A. Was haben wir denn hier einen? Hallo, ein Camper zu Hause? Da! Da, 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 da. Ja, genau der. Warte ich, fein. Der war hier grad irgendwann. Oh, 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 oh. Kriegen grad Schüsse. Eli, Eli. Ja. Und die Feuer mal rein. Ich recurse. Oh, oh. Wo ist der? Oh, oh. Oh nein, ich würde aussteigen. Achtung, in Räumen, mein Salzgebiet ist ein feindlicher Helikopter. Da kann ich leider nichts mehr machen. Noch da? Nein, jetzt bin ich tot. Ich musste gerade noch einen killen. Oh, von dem Panzer getötet. Da kommt noch einer. Achtung. Und ein Panzer ist noch in deiner Nähe. Warte, ich komme direkt zu dir. Oh, da sind zwei. Ja, ich bin da. Oh nein, verdammt, zu spät. Fast. Dreck. Ich habe übrigens eine Waffe freigeschalten, die F2000 mittlerweile. Ah, die habe ich schon etwas länger. Oh, du bist ja niedrigeres Level, deswegen. Oh. Äh, was haben wir noch? Punkt A. Oh. Da war die Maus. Im Weg. Oh. Fahren wir mal zu Punkt A. Alter, das Ding steuert sich immer wie sonst dann. Ja. Das rutscht immer. Wenn man in die Kurven geht. Irgendwo schießt. Oh. Da oben. Und von der Seite. Ja. Taxifahrt zu Ende. Ich höre ein Panzer. Da kommt ein Panzer. Wenn der jetzt hier reinbläst, dann sind wir weg. Genauso wie jetzt. Wo ist der Panzer? Autsch. Nein. 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 Ja. Klar. Ich bin durch das Haus durchgebrochen und bin dann auf einmal tot. Klar. Ja, vorher habe ich noch gelebt. Ach. Ey. Wo soll ich denn jetzt wieder spawnen? Nehmen wir mal Punkt B. Ich komme jetzt auch wieder mit dem Panzer. Hallo? Ich bin in einem normalen Auto jetzt. Punkt A, Punkt A, Punkt A. Wo haben wir den denn? Da. Oh Mann, ich fahre genau in die Panzer. Ich bin so ein Posten. Ja. Das war klar. Ach, Niklas. Habe ich nicht mehr mitbeachtet. Und noch eine Runde Heli. Ich will kommen. Ich will verkacken. Okay. Ich bin nur Beifahrer. Das ist noch besser. Kann ich wesentlich nicht abkacken. Irgendwo. Oh, oh, oh. Aussteigen. Oh, der Typ kann nicht fliegen. Aussteigen. Fliegst du gerade? Nein, fliegst nicht. Ich dachte gerade schon. Ja, weil du aussteigen gesagt hast. Und der hatte sich gerade so komisch nach links geneigt. Alter, der Typ kann auch nicht fliegen. Och. Ist ja noch schlechter als ich. Von dem Heli. Ja, der schießt von 20 Kilometern. Und wundert sich dann, dass er nichts trifft. Denk mal wieder bei B ein. Oh, wir sind jetzt gleich schon wieder tot. Da fahren wir lieber nicht mit. Überall sind die wieder. So. Pippin 19. Aber behalten wir mal. Komm schon. Mit der Pistole. Ach. So. Runde Flugzeug. 20 Sekunden und dann bin ich wieder tot. Machen wir doch wieder Schraub zu dir. Ich kann nicht fliegen. Nein. Oh, jetzt steige ich aus dem Flugzeug aus. Ja, Alter. Oh. Mal hinter dich. Ja, hier ist irgendwo ein Panzer. Hab ich gerade gesehen. Ja, was? Jetzt müsst ihr den nur noch finden. Oh. Nein, lauf doch. Oh. Scheiße, das ist der Tor, ey. Oh, wo ist der? Äh, in der Ecke da. Bei Punkt E. Ah, ich bin tot. Und irgendwann mal Schüsse. Der hat sich in das Gebäude reingestellt. Jetzt kommt er raus. Ah, da konnte ich leider nichts machen. Geht den nicht. Fahrzeug hab ich leider nicht. Bist du immer noch da in der Nähe, wo ich gerade gestorben bin? Genau, am Punkt, ja. Der ist aber eben rausgefahren, als ich gestorben bin. Also müsstest du den... Ist das aber anscheinend weg? Hörst du den denn? Hm? Hörst du den auch nicht? Ne. Au. Irgendeiner schießt da. Nicht gut. Gut. Immer diese Viper. Jetzt haben wir nur noch C. Oh, da ist er dann. Und Bäm. Bitte RPG. So, ich bin mal bei dir. Was ist denn noch? Lebt der noch? Also, einen hab ich gerade umgipfacht. Ah, Punkt E haben wir wieder. Yes! Was haben wir denn jetzt hier noch? B, A. A wird gerade von uns eingenommen. D verlieren wir gerade. Oh, D haben wir jetzt verloren. Jetzt müssen wir aufpassen. Die ist irgendwann noch. Jo. Der ist in dem Panzer. Ja. Ich bin tot. Ich auch. Ich war gerade ausgestiegen, aber meine Waffe hat leider nicht gereicht. Ich habe eine Meldung für einen Selbstmord bekommen. Und der Panzer hat auf mich geschossen. Ich bin durch den Schuss vom Panzer getötet worden und da steht Selbstmord. Auch nicht schlecht. Oh, versuchen wir es nochmal auf Punkt D. Sehe ich mich anders. Oh, da war eine Mauer. Ich habe da Schaden gegeben. Ich habe eure Panzer. Was ist denn? Äh, da wo der Panzer jetzt gleich rauskommt. Oh nein. Boah, der schießt schon. Gleich nur von hinten an. Ich bin gerade Katze und Moritz. Oh, jetzt kommt der wieder. Alter, noch ein Schuss und ich bin tot. Da drin ist aber auch einer, gell? Das läuft schon. Keine Ahnung. Da konnte ich leider nichts machen. Aber ich spawn mal jetzt mal wieder bei dir. Der war bei dir. Da ist einer. Nein! Boah. Boah. Was hat denn der für eine Waffe? G18. Die habe ich auch immer dabei. Die schießt etwas schneller. Aber die macht dafür weniger Schaden. Warum habe ich die M19? Dann nehme ich die... Äh, wo habe ich denn die G18? Da. G18. Die nicht. Mein Auto, mein Auto, mein Auto. Danke. Okay. Scheiße. Wir haben das 1, das Ziel von der Strecke. Aber bei dir ein. Jojo. Probieren wir es nochmal bei D. Können wir machen. Er wird gerade schon von uns eingenommen. Äh, wir machen besser E. Oder? Ja, der wird gerade abgenommen. Nee, der wird gerade eingenommen. So. So, kassieren wir nochmal ein paar Punkte. Hallo? Hallo, Auto? Ach, nicht. Hä? Ach so. Okay, wir haben den uns nur zurückgeholt. Also, der war noch nicht im Besitz von den. Ja. Deswegen. Nee, 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 nee. Punkt D, Punkt D. Oh, Panzer. Oh, Panzer. Aussteigen. Ja. Claymore. Alter, das gibt's nicht. Wieder eine. Er setzt hinter sich eine Claymore. Das ist doch ein Pfosten. Hier irgendwo. Panzer. Und hier hat man noch 11% Leben. Warte, warte, ich bin Versorgung. Ja, der ist, der war zumindest eben am Punkt D. Ah, der ist tot. Okay. Dann lassen wir mal Panzer. Ich höre was. Oh, Panzer, 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 Alter, wo war der? Ich habe ihn nicht gesehen. Der kam da irgendwo rausgeschossen. Der schießt gerade in deine Richtung. Lauf weg. Ja, langs. Nein, nein, nicht dahin. Nicht dahin. Das ist ein Selbstmord. Gehen wir mal zu C. Ich will auch nur wieder ein bisschen versorgen. Ach, ist das eine Qual hier. Ich höre Panzer, ich höre Panzer. Ja, der ist gerade vorbeigefahren. Oh, oh, oh. Äh, links ist ein. Warte, ich wieder überlebe dich. Ja. Sehr nett. Komm direkt. Komm hier rein. Der Panzer steht da hinten. Da kommt einer, da kommt einer. Nein, 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 Panzer. Warte, ich muss, warte noch. Der lebt noch. Ja, ja. Nein, jetzt muss der nachladen. Halt durch, halt durch. Ich komm. Warte. Komm. Der ist hier hoch. Bin hinter dir. Der muss hier irgendwo sein. Dann ist er ganz oben. Hä? Der war doch hier noch. Oh, pack. Eli, Eli, Eli. Geh nicht an den Rand. Da steht ein Panzer. Wo ist denn der Tipp jetzt? Da. Da sind zwei. Keine Chance. Wo, wo sind die? Runter? Unten, unten. Einstatt unter dir. Die kommen jetzt hoch. Ja, ich bin auch tot. Verdammt. Macht ja noch ein Knife-Run, ey. Da konnte ich leider nichts mehr machen. Mach wieder den Schraubschlüssel. Äh, ja, geil. Jetzt haben wir keine Einsatzpunkte mehr. Wir versuchen es nochmal mit dem Heli. Nein. Hä? Ja toll, jetzt sitze ich hier seitlich auf dem Teil. Yeah. Nein, das ist ja immer zu früh. Oh, der trifftet der Karrer. Wir gehen zu E. Fliegen auch nur so die Autos. Oh, wir werden gerade heftig beschossen. Was schafft ihr? Panzer, 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 Panzer. Die können einfach nicht fliegen. Hier irgendwo einen Panzer. So. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Wo ist der? Ist der schon tot? Nein. Bist du an Punkt C? Also in der Nähe? Ich bin E. Oh, oh, nee, was ist der? Oh, okay. Ja, die haben im Moment alle Punkte. Halt. Ich darf reparieren. Komm schon. Und ich bin. Dann. Also.